Nach dem Shitwetter gestern, will ich mir mal wieder die große weite Welt ansehen, diesmal mit dem Auto. Die vielen Sonnenblumen standen am Straßenrand, genau mitten in Schleswig-Holstein. Von Schützsiel fahren die Fähren zu den Halligen. Hier kann man fernsehen, das da ganz hinten sind schon die ersten. Weil es so schön ist, hier noch ein paar. Die Menschen auf den Inseln und Halligen müssen alles mit den Fähren gebracht bekommen, vom Zahnstocher bis hin zum Fertighaus. Alles kommt übers Wasser. Die einen genießen den schönen Rundumblick und die anderen studieren den Fahrplan der Fährschiffe. Und das ist die andere Seite vom Deich. Das jetzt ist Tagebel. Erst einmal die eine Seite der Straße und dann die andere. Dann kommt der Hafen. Hier sind die Eisenbahnschienen zu Ende. Jetzt geht es nur noch mit dem Schiff weiter. Nach Föhr und nach Amrum. Zum Abschied grüßt mich noch der alte Leuchtturm. Ich grüße zurück. Dann geht es wieder an die Ostsee. Ein Geräusche Der Monat Der Monat Der Monat Untertitelung des ZDF, 2020